hallo hier ist wieder johannes vom customer happiness team von clicktip und in dieser videoserie über die aktionen des marketing cockpits geht es jetzt wie versprochen um die nächste aktion und zwar um die wenn dann aktion so hier bin ich nun wieder in meiner kampagne und ich habe sie schon mal etwas erweitert und jetzt möchte ich ihnen wie gesagt hier die wenn dann aktion vorstellen und ich habe folgendes gemacht nachdem ich ja im ersten video hier dass die startbedingungen konfiguriert habe schicke ich jetzt direkt eine willkommens e mail an meinen kontakt raus und warte dann erst mal drei stunden was passiert und ich möchte dann nach diesen drei stunden prüfen ob er denn diese willkommens e mail hier oben überhaupt geöffnet hat und das kann ich eben mit hilfe einer wenn dann aktion machen ich klicke hier unten auf das plus zeichen wähle hier dann wenn dann und hier sehen sie sofort hier kommen dann diese beiden zweige dazu ja zweig nein zweig sie könnten dann hier direkt aktionen hinzufügen und ja hier an dieser stelle klicke ich jetzt einfach noch mal drauf und konfiguriere diese wenn dann aktion und zwar ist es mir sehr wichtig gerade also auch bei dieser aktion aber auch bei anderen aktionen dass sie eindeutige namen vergeben dass sie also sofort schon wenn sie auf eine aktion drauf gucken wissen was da passiert und deswegen möglichst eindeutig benennen und hier sage ich jetzt einfach willkommens e mail geöffnet fragezeichen so und wenn ich das getan habe dann wähle ich die bedingungen für den kontakt aus was möchten sie prüfen ich scrolle mal ein bisschen hoch weil hier kommt jetzt eine etwas längere liste also sie sehen dass sie hier unheimlich viele möglichkeiten haben dinge zu prüfen das würde jetzt den rahmen etwas sprengen jetzt auf jede einzelne geschichte hier eingehen zu können aber ich möchte mich deswegen hier auf eine sache konzentrieren zwar e mails denn ich möchte ja prüfen ob eine e mail geöffnet wurde das klicke ich jetzt mal an und wähle dann hier die entsprechende e mail ich tippe die anfangs buchstaben ein willkommens e mail meine willkommens e mail das ist die richtige klicke drauf und schon ist das hier entsprechend eingefügt unter aktion will ich diesmal hier nicht erhalten sondern ich möchte eröffnung prüfen deswegen will ich geöffnet ja zu einem beliebigen zeitpunkt das kann ich lassen das wird ja dann quasi nach diesen drei stunden geprüft ja wenn ich das eingestellt habe klicke ich unten auf speichern und somit ist meine erste wenn dann aktion jetzt hier fertig eingerichtet sie sehen hier eindeutig willkommens e mail geöffnet das ist eine klare sache worum was es hier geht und ja wie ich auch schon gesagt habe hier ja und nein zweig können sie auch ausblenden indem sie beziehungsweise zusammen schrumpfen indem sie auf dieses minus zeichen klicken ich mal wiederhole das nochmal minus und so haben sie jetzt wirklich hier schöne übersicht und im nächsten video geht es dann um eine g zu aktion wie sie die entsprechend verwenden können und ja wie gesagt das zeige ich ihnen dann im nächsten video und ich hoffe dass sie meinem beispiel hier folgen konnten und dann freue ich mich wenn wir uns dann im nächsten video wiedersehen wenn ihnen dieses video hier geholfen hat dann würde ich mich sehr darüber freuen wenn sie uns dafür einen daumen hoch bei youtube schenken und damit das video eben auch positiv bewerten und ich zeige ihnen mal kurz wie sie das machen klicken sie einfach hier unten unter dem video auf den daumen hoch und damit bewerten sie unser video positiv vielleicht schreiben sie uns auch einen kommentar in youtube auch da zeige ich ihnen mal eben wie sie das machen scrollen sie einfach unter dem video ein stückchen runter und dann sehen sie hier dieses kommentarfeld und dort können sie einfach dann ihren kommentar reinschreiben zum beispiel und dann klicken sie hier einfach auf diesen blauen button kommentieren wenn sie in sachen klicktipp immer up to date bleiben möchten dann empfehle ich ihnen unseren youtube kanal zu abonnieren und der vorteil für sie besteht darin dass sie immer sofort per e mail informiert werden wenn wir ein neues video auf unserem youtube kanal veröffentlicht haben und auch da zeige ich ihnen einmal kurz wie sie das schnell machen können klicken sie unter unserem video einfach hier auf diesen roten abonnieren button und schon haben sie unseren youtube kanal abonniert und werden immer mit den neuesten informationen rund um klicktipp automatisch versorgt wenn sie über das internet kunden gewinnen möchten also mehr über e mail marketing strategien erfahren und lernen wollen wie sie mit automatisierten online marketing prozessen erfolgreich mehr kunden für ihr unternehmen gewinnen und das auch noch hochgradig effektiv und einfach anwendbar dann gebe ich ihnen den tipp besuchen sie einfach unsere kostenlose online schulung denn dort offenbaren wir ihnen was wir in neun jahren online marketing gelernt haben klicken sie dazu jetzt einfach auf www klick-tipp.com webinar und melden sie sich zu unserem kostenlosen webinar an klicken sie dafür zuerst machen klicken sie darstellen klicken sie direkt auf eine andere man sich dann und jetzt etc bekannt